ja ja okay das war ein bisschen sehr dumm jetzt so von mir tut mir leid solz wieder regal schnell versteckt euch ihr werft c4 was sollte denn das erkennt man schon drücke vor auf dem dach auf das dachblatt achtet auf das dach dennoch über uns entschuldigung ich zwischendurch mal ein bisschen ruhiger bin aber irgendwie muss ich mich hier konzentrieren die werden drinnen los und ja 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 Schaltet So weit kriegt das Schütz nicht rüber So weit kriegt das Stad vai saf Was? Sohn in der Hube? Das ist nicht nett. Schein der Bogen! Wo ist er hin? Bin unterwegs! Bei dem Sturm hört man keine Befehle, also pass auf dich auf. Okay, jeder sucht sich seine Ziele selbst, klar. Gut. Wir brauchen ganz dringend Munition. Weit im Anmarsch! Lade nach! Wir müssen hier weg! Raus hier! Der Sturm wird uns Deckung! Hab einen! Aber ich brauche jetzt Munition. Gibt das keiner. Scheiße. Warum gibt es hier keine Munition für meine AK? Hier ist wieder das Geschütz. Da, mazer. Zwölf Schuss sind jetzt aber auch nicht um die Welt. Ich kann hier mal was Neues einfallen lassen. So. Weg! Dreck! Dreck! Lassen Sie mich rein raus. Könnt ihr euch mal entscheiden? Scheiße! Scheißen Dreck! Ja, Ladebildschirm, wunderschön. Den werden wir noch öfters sehen. Oh nee, von hier aus. Die mich verarschen. Schnell versteckt euch. Ihr werft C4? Ja, ihr werft C4? Ja, ihr werft C4? Erledigt die Schrotzlöcke! Erledigt! Bei Drohung eliminiert! Sieh, Lade! Sieh, Lade! Sieh, Lade! Ich bin nicht leer, aber... Ich mach das Dachplatz! Vorsicht, das ist besser als Nachricht. Ach, ich hab das Dach! Take off, lieber uns! Aber ich komm rauf da. Dann nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen ein Mikroentherr, um die Scheiben anzuschießen. Na scheiße, ob Schalterpfer eigentlich brauchen wir den jetzt nicht so. Sie werfen Granaten! Los! Oh, oh, oh. Granate! Auf der Wegs! Alles klar. Ich bin auch mal die Granaten benutzt. Feuer, Binder! Lauf noch! Da kommt der Schrank für alte Chile! Vorsicht! Tegurier, stammt! Keiner weniger! Okay, der ist weg. Nein! Renn nochmal hier hin. Furz, guck, ey! Er ist ungeweckt! Er ist ungeweckt! Gegner ist tot! Einer weniger! Schrotflinte auf dem Feld! Okay. Trinkt uns jetzt nicht wirklich viel. Oh, das sind unsere Leute. Erledigen den Drecksack beim Boden! Verstanden, ich leg ihn um! Ziel erledigt! Und jetzt! Der ist hin! Feind bewegt sich! Ich werde jetzt mal den Schalldämpfer wegmachen. Ich habe das Gefühl, er schießt nicht. Er ist mit dem nach draußen und ich bin das letzte Mal nicht so gut gelaufen. Das ist AK-Munition. Aber die ist voll. Sehr gut. Wir müssen hier weg! Raus hier! Der Sturm gibt uns Deckung! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Fall bewegt sich! Vorsicht! Der Sturm ist zu stark! Wir müssen wieder rein! Wir können nicht zurück! Hier ist ja echt was los! Das sieht gut aus. Dann kommt rein hier. Dann schalte ich einfach wieder hoch. Ich würde lebend bevorzugen. Super! Holy moly! Jetzt kann schon mal so los, Mensch! Aber Vorsicht, Gentleman! Wir sind hier nicht allein! Ach! Dann schalten wir mal auf unsere MP-Mitschalldämpfer! Ach! Riecht dir das? Entschuldigung! Ihr habt ja definitiv mal einer gelebt! Was man so lieben nennt! Ich nenne es überleben! Ist wahrscheinlich schon seit den ersten Sturm so! Das Leben ist hart! Ist aber kein Grund Soldaten zu killen! Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert! Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern! Da vorne ist Licht! Geh nachsehen! Du bist der Boss! Was ist da unten? Das ist wie ein Art Lager! Von hier haben sie vermutlich die Geisel! Tja, wir müssen wohl da runter! Kommt mir nach! Okay! Der Ruckler kam grad wahrscheinlich vom Laden! Hihi, ich lauf auf Kerzen rum! Hihi, ich lauf auf noch mehr Kerzen rum! Ein! Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser! Scheiße, die haben auch ein Piano? Ich hab den falschen Job! Lugo! Still! Sorry! Echt mal, die brüllen hier rum! Dabei sind wir grad voll sneaky unterwegs! Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert! Nein, sieh dir die Anordnung an! Das war eine Exekution! Die Kabuler Todesschadronen! Scheiße! Ja! Scheiße! Hier ist wer! Folgt mir und seid leise! Wir machen so weiter, bis Sie mir sagen, was ich wissen würde! Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent! Die 33. ist schon unterwegs! Die Dant wird sie nicht retten! Als die Dant desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren! Idiot! Hier wär's friedlich, hätten Sie nicht die Leute aufgestacht, wieder Soldaten zu töten! Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft! Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann! Das könnte er jetzt beweisen! Ich sag nämlich gar nichts mehr! Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Siehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden Sie die Pistole woanders hinrichten! Jetzt wird automatisch auf den... ...das ist gar nichts machen! Das wird nichts! Tschu-tsu-tsu-tsu-tsu! Haben Sie einen Namen? McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain. Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir sie finden. Ach ja? Wo ist der? Er hat's nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Hab ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist der? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Toll. Der kommt doch nicht wieder. Check die Leiche. Das verlorene Bataillon. Blendgranätchen haben wir jetzt auch. Lüge nicht. Sie erinnern. Scheiße, das hat uns doch gefehlt. Na dann, gehen wir nochmal in Absellen. Finde die 33. Das machen wir. Verdammt. Alles CIA-Zeug. Das war anscheinend dir versteckt. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine Heldenhafte. Wie schon bei Ankunft berichtet, ist die Situation in Dubai. Das ist der Taktik. So, wer will, kann sich's durchlesen. Ja, aber US-Soldaten zu killen, nicht. Ich kenn die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Die kennen unsere Order. Da sind sie. Rettet sie. Feuer, Herr Wider. Ziel ist in Sicht. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Das waren Soldaten. Welche von uns? Es war Notwehr. Das macht's auch nicht besser. Soll's auch nicht. Ähm. Toll, wie er nur so wenig Munition dafür. Schon besser. Alter, da drüben waren auch noch welche. Geh zurück. Boah. Das ist unser Ausgang. Auch ein bisschen dumm, dass ich jetzt meine Mikro-MP dafür weggepackt habe. Aber so können wir das Ganze ein bisschen spannender gestalten. Ja. Hier geblieben. Stehenbleiben. Und sie sich selbst einen Gefallen. Was? Wie geil ist es denn jetzt? Wir haben sie gemischt Attacken. Oh Mist. Feuer erwidern. Das sind Zertaten. Die töten uns, wenn wir sie nicht hätten. Feuer. Feuer. Nja. Geht rein. Feuer frei. Weg abschneiden. Hüah. 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 Und das war es schon wieder. Na toll. Mann ey. Das kann nur nicht so schwer sein. Großlacht schneller. Keine Zeit. Da vorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los. Nein. Lass ihn drauf. Hier geblieben. Stehenbleiben. Und sie sich selbst einen Gefallen. Was? Nein. Das ist die Handfahrt. Fibilisten. Attacke. Oh Gott. Feuer. Feuer wieder. Das sind Zertaten. Die töten uns, wenn wir sie nicht töten. Los. Feuer. Sie haben uns zwei. Wir sind unterwegs. Feuer. Feuer. Toll. Man muss auch erst hier rüber, bevor die Gegner kommen. Nein. Nein. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, ja, guten Morgen. Mann. Ja, schon wieder die ganze Scheiße. Wir müssen stehen bleiben und sie sich selbst eingefallen. Was? Wie geil ist das denn hier? Ja, ich bin nicht. Attacke. Feuer erwidern. Das sind Soldaten. Die töten uns, wenn wir sie nicht töten. Ich muss feiern. Sie brechen durch. Gehen Sie her, Leute. Gehen Sie auf. Gehen Sie sich zu der CIA, ey. Es ist nicht der Limonien. Wir sind selbst erforscht. Wir wollen helfen. Scheiße. Hier ist weit los, Leute. Bleibt doch mal stehen. Und die Arschlecher. Feuer! 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 Russia 2-2 Bravo, verstanden. Nicht möglich. Ich bin weg. Nicht möglich. Ohne. 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 Die Runde uns gleich. Weiter. Weiter. So, jetzt wo? Ich sollte echt besser auf meine Deckung achten. Wir rennen hier mal noch ein bisschen völlig planlos rum und sammeln Munition ein. Unterwegs! Das waren alle. Brennstoffe voll. Sehr gut. Exekutieren tun wir die nicht, weil eigentlich sind es ja unsere Freunde. No fire arms in the camp. Ja. Merkt man. Hallo. Hallo. Hallo.